ja frag mich nicht wie machen wir wollen wir zweimal also danach noch mal hierher fahren dann hätten wir von jedem pferd erst mal eins oder wollen wir gleich schon mal ich nehme zwei schimmel du zwei schecken und dann ist denn überhaupt der tierhändler da wo ich bin du bist zu früh abgebogen ich bin noch gar nicht du bist zu spät abgebogen der blaue punkt bin ich wieso bist du eigentlich ach so damit wir uns nicht verwechseln immer gucken ob die tür aufgeht verriegelt und verrammelt oh schweinchen die kaotten sehen aber komisch aus hallo guten tag und wo sind die pferde hühner hat er schweine hat er kühe hat er aber keine pferde und keine schäfchen ja was kaufen wir jetzt oder wie kaufen was ein ich habe keine ahnung wo ist es überhaupt könnten sie ihr fahrzeug hier wie bitte jetzt weiter im fahrzeug dritt kann ich nicht mehr ins menü rein ich komme nicht mehr ins menü wie behindert ist das denn kommst du ins menü mann das war ja nichts mit wenden ich komme noch nicht ins menü hat er jetzt geschlossen oder was jetzt bin ich ja wie wollen was machen gleich zwei von einer sorte mitnehmen oder hätte ich gedacht oder gut dann nehme ich jetzt zwei schimmel mit bestätigen 10.000 weg gehen noch mehr rein okay zwei schimmel ein bisschen leicht back gehen kann das sein weiß ich nicht achso warte ja das machen wir das so dass du da reingehst und auch kaufst was soll ich bin kein admin was sonst gehst du halt auch ins auto und küsst könnt könntest du mal meinem hof beitreten na schön dass ich deine ganzen autos fahren konnte er bei ihr lohnunternehmer seit in dem hof so kann ich wenigstens mal rausschmeißen deswegen bist du auch grün und ich wundere mich die ganze zeit wie war denn das auf dem einer ist deshalb ich muss jetzt nur noch diese 08 15 angeben war das 08 15 ich habe keine ahnung das war jetzt aus spaß gesagt 08 15 geht's ich weiß es nicht das war jetzt freier fundmittel also ähm dann machen wir doch 08 15 fahrmanager ja bitteschön vielleicht hat es mir deswegen nicht an nicht angezeigt genau was 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 für welche ich kaufe ich dann die unter dem schimmel jetzt bist du auch wieder blauhofer karte ich habe eine schnecke schicke jetzt schimmeligen also zwei schicke oder wenn die unter dem schimmel sind ja und dann stimme ok obwohl ich auf die bremse trete fährt er das sind die fährte die zusätzlichen ps alter zwei ps mehr krasses tuning und zwar reelle und das kriegst du sogar durch den tüv weil bio und so ja und wenn da alle irgendwelche beanstandungen hat scheiß es aufs papier genau so jetzt mal gucken dass den tieren hier nix passiert dann fahren wir erstmal mit 70 um die kurve und in den grünen streifen rein kannst du was zu fressen haben oder was ja muss ja gleich mitgenommen werden haben wir eine ladefläche ja ja dann schmeißen wir uns doch jetzt gleich wenn wir fahren wir vom shop vorbei und holen uns zwei big bags hafer haben wir nicht schon hafer ich würd gleich ich würd gleich richtiges pferdefutter holen das ist hafer pferdefutter wo kommst denn du her vom feld wollen sie schon ausreiten ja ja genau die pferde die haben irgendwie keine ahnung ausreiten oder ausreißen beides 115 in der ortschaft geht kann man machen wir haben keinen hafer haben wir eigentlich ich hoffe da müssen wir nochmal nachgucken den auto tier trainer der sollte eigentlich drauf sein ich hoffe der ist auch drauf ja den hast den haben wird scheiß wir fahren falsch moment wir haben den nicht darauf wir haben den auf der ms ja deswegen ich glaube den habe ich noch gar nicht hoch gezogen noch ist auch nicht schlimm war ich nachher nachträglich dann wobei das server ja ich steht und bis hier mal 0 uhr ist auf einfacher geschwindigkeit also fahren wir da vorne doch ab ja weil ich falsch gefahren bin ne du wolltest inoffiziell durch den wald nein wollte ich nicht hatte ich nie vor aber wir biegen trotzdem ab ich muss nur mal eben gucken wo erstmal ein bisschen durchs feld falsch die abtiere jetzt kann ich auch durch den wald fahren jetzt ist es egal ne dann fahren wir fahren wir noch weiter jetzt weiter 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 jetzt jetzt warum nicht jetzt da kommen wir auch genau bei der kalbstation an ja ok soviel zu dem äh ich will den tieren nichts antun und so ne ich will die karte kleiner machen alter ich sehe sonst nix boah du möchtest es gar nicht sehen hier ist so schräglage von da der straße wow wow pferde hört auf zu trampeln da hinten drin jetzt sind wir wegen denen auch noch von der straße abgekommen wegen mir wegen den pferden ja gibt es hier nicht noch gleich eine kurve ja boah so beißt euch irgendwo fest krallt die hufen irgendwo ein geht los jetzt weißt wo das herkommt mit diesem pferdegebiss der spruch ja es sieht aus was wenn ich hin schlitten durchgefahren ist das asphalt trennscheiben drauf oder was bald das ist schon wieder voll die spuren drin aber ich muss nein ich doch da geradeaus ich meine gut wozu haben wir auch ein pick up wenn man nicht durch den wald brettern der müsste jetzt so richtig schön dreckig sein ja dreckig ich denke das war zum shop lassen ja da kommt das haben die armen tiere alter dass sie bei dir für qualen leiden müssen ach was die wir und behaupten als abstand des spaßes vor angst und nur schmerzen ich mache ich mache den schuhmacher und leck voll lecky 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 leck hol auf ich nehme noch die pool position kein baum treffen da ist er ja ich sehe dich da und schaltengang runter du hast das gibt's ne wäre schön warte mal stopp mal jetzt ich stopp mal da oben ist er ok er muss weg der hat auch gar keine baugenehmigung habe ich gehört ja die nächste sofern einmal kurz aus kotzen geht gleich weiter so paletten big 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 da müsste so ein pferde foto zeichen drauf sein oder ich habe mich nicht bewegen wo ist die ladefläche dahinten ich kann mich schon wieder nicht bewegen alter ich habe sogar festgeschnallt wenn ich dich fahre dann passiert da auch nichts draußen ist es ich krieg die nicht mal gerade rein jetzt aber wo waren die spannungurte ich glaube da auf geht's dann können sie lösen der sound von dem auto ist mega kacke ich bin mir nicht ganz sicher ob das ein u-boot ist oder sowas er hört sich ein bisschen an wie so ein schiff kurz vorm ablegen so ja genau komisch jetzt hatte ich aber keine ruckler mit dem auto ich auch nicht so ich glaube der blinker ist kaputt der macht immer einmal klick und dann war es das wo ist denn der träger für die pferde überhaupt ist irgendwo hier links sein im stall glaube ich oder ich weiß nicht so was ja so buddy und scout jetzt steht hier aber nicht mehr was das sind deswegen müssen wir uns jetzt auf jeden fall merken steht nicht im esc menü müsste aber drin stehen was es ist oder nein ich fütter die pferde gerade hin und wieder sollten sie auch gebürstet und gestriegelt werden fütter sie mit einer mischung folgender futtermittel bis das resultat erhältst du wenn du alles rein mischt dann muss ich das mischen oder einfach reinkloppen oder reinkloppen ich habe es reinkloppt ich habe es reinkloppt ich habe es reinkloppt ich habe es reinkloppt Vielen Dank.